Hallo, also mein Name ist Sonja Remi. Ich habe das heute sehr informativ gefunden. Es kommt mir auch sehr familiär vor, die ganze Firma und ich freue mich jetzt auf eine lässige Zukunft mit Globary. Danke. Ein super Produkt erwarte ich und eine zukunft finanzielle Absicherung, auch auf das Alter hin, wo man vielleicht auch weiter vererben kann auf meine Kinder.